Herzlich Willkommen in Kambodscha. Wie ist es hier? Mein persönlicher Reisebericht nach fünf Tagen und knapp zwölf Immobilienprojekten, die ich mit dem Tom aus unserem Finanzteam hier vor Ort angeschaut habe. Ja, meine persönlichen Eindrücke und nach den fünf Tagen bin ich natürlich der Kambodscha-Experte schlechthin im deutschsprachigen Raum. Natürlich noch nicht, aber was wir in diesem Video machen, ist, ich gebe dir eins zu eins und möglichst neutral, meine Eindrücke, hier aus Kambodscha. Wieder ein sehr spannendes südostasiatisches Land. Wunderschön, dass du heute wieder in Faszination Freiheit vor Ort mit dabei bist. Gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und unsere Freitags-E-Mails auf jeden Fall mal reinschauen, dann kriegst du alle Informationen mit zu allen Ländern, neuen Projekten und was in unserer Community alles ansteht. Ja, wir starten mit Kambodscha und dem Land selber. Also, Kambodscha ist ein relativ kleines südostasiatisches Land, ist etwa halb so groß wie Deutschland. Die Hauptstadt ist Phnom Penh, dort befinden wir uns auch gerade. Und die Einwohnerzahl beläuft sich auf knapp 17 Millionen Menschen aktuell. Kambodscha, wofür ist es bekannt? Vor allem durch die Tempelanlagen Angkor Wat, touristisch auch ein Highlight. Auch weltweit gesehen gilt es als Highlight, ist in der Nähe von Siem Reap. Und auch, ja, durch nicht so schöne Vergangenheit, zum Teil durch die Roten Khmer und den Völkermord und durch den Genozid bekannt geworden in Kambodscha. Und da schauen wir jetzt auch gleich hin, weil die Historie zu verstehen ist immer interessant bei einem Land. Und auch hier in Kambodscha, nach Jahren des Bürgerkrieges, errichteten nämlich 1975 die Roten Khmer eine Schreckensherrschaft. Und die nach unterschiedlichen Schätzungen eben 1,7 bis weit über 2 Millionen Menschenleben forderte. Bis die Roten Khmer 1979 von vietnamesischen Truppen entmachtet wurden. Danach gab es quasi weiteren Guerillakrieg. Es gab erstmal eine Besatzung. Und nach 1989 folgte Mitwirkung der Vereinten Nationen ein Friedensabkommen und der Neuaufbau staatlicher Strukturen. Ja, die 1993 mit der neuen Verfassung und der Wiederherstellung der Monarchie endeten. Ja, Kambodscha war zu diesem Zeitpunkt und nach zwei Jahrzehnten der Besatzung und Krieg und Schreckensherrschaft eines der ärmsten Länder der Welt. So ist auch wichtig zu verstehen, woher das Kambodscha kommt und aus welcher wirtschaftlichen und auch sozialen Situation. Ja, und konnte seitdem erhebliche Fortschritte im Kampf gegen Armut und Unterentwicklung erzielen. Ist heute eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Asiens. Und die letzten 30 Jahre sind sehr stabil verlaufen. Also da ist es von dem, wo Kambodscha herkommt, sehr gut und relativ schnell nach oben gegangen. So, dass man heute jetzt nicht mehr direkt sieht, okay, es ist jetzt eines der ärmsten Länder der Welt. Auch ganz klar, Kambodscha hat sicherlich noch seinen Weg zu gehen. Aber das ist auch das Interessante, was jetzt das Thema, sagen wir mal Business und Immobilien betrifft, in einem aufstrebenden Land wie Kambodscha. Ja, und das sehen wir uns auch mal gleich weiter an mit dem Bereich der Wirtschaft. Wir sehen hier erstmal die Einwohnerzahl, wie sie sich denn entwickelt hat. Und da sehen wir auch hier, es ging kontinuierlich nach oben. Wir haben hier eine sehr, sehr junge Bevölkerung. Das heißt, wenn du hier unterwegs bist in Kambodscha, ist mir beim Ausflug gestern aufgefallen, ein bisschen quasi Kultur und Land etwas angesehen. Hat fast überall nur junge Menschen gesehen. Also faszinierend, sehr, sehr viele Kinder, sehr, sehr viele Jugendliche, sehr, sehr viele Heranwachsende, also demografisch sehr, sehr jung, was für die Aussichten von einem Land natürlich sehr, sehr positiv ist, weil immer mehr Menschen heranwachsen und die auch anpacken, um ein Land nach vorne zu bekommen. Dann das Bruttoinlandsprodukt sehen wir hier. Ist pro Kopf zwischen 1.500 und 2.000 US-Dollar pro Jahr. Es ist noch relativ niedrig, ist auch stetig nach oben gegangen. Im Vergleich dazu in Vietnam, in den Philippinen liegen wir bei ca. 3.500 bis 4.000 und bei Thailand liegen wir über 7.000. Das heißt, im Vergleich zu den anderen Ländern hier ist es noch etwas weiter zurück. Ist ansonsten auch im Verbund ASEAN, das heißt von dem Verband südostasiatischer Staaten, das sind auch Thailand, Indonesien, Malaysia, Brunei, Singapur etc. und ist eines von zehn Ländern, was hier mit dabei ist in diesem Wirtschaftsverband und wo die Region quasi, wo sich die Teilnehmerstaaten gegenseitig unterstützen. Währung ist der US-Dollar und der kambodschanische Reel, die parallel verwendet werden. Das heißt, es ist im Alltag und normalerweise kein Problem, beides zu verwenden, gar nicht verkehrt beides irgendwo dabei zu haben. In der Regel kann man beides auch gut verwenden. Und es gibt auch einen eigenen Wechselkurs, der sich auch hier was anpasst. Ansonsten wird aber der US-Dollar sehr, sehr gerne verwendet, tendenziell etwas mehr. Wenn du Geld zurückbekommst, dann bekommst du in der Regel auch den Reel zurück und ist auch eben gerade für kleinere Summen auch etwas geeigneter. Wirtschaftlich, Kambodscha aktuell etwas angeschlagen. Kambodscha ist ein Land, was keine starke Binnenwirtschaft hat. Das heißt, auch relativ stark von außen abhängig, auch unter anderem vom Tourismus, der aktuell etwas schwächelt, der noch nicht voll zurückgekommen ist nach Covid. Und ja, wo er generell auch im Immobilienmarkt durchaus eher einen Käufermarkt hat. Das heißt, dass die Anbieter gerne auch Abschläge machen, weil es eben im Immobilienmarkt jetzt nicht die extreme Nachfrage gibt im aktuellen Umfeld und potenziell auch ein interessanter Zeitpunkt für Investment in Immobilien sein kann. Und das ist auch das nächste Thema und zwar der Immobilienmarkt. Haben wir hier zusammen mit Thomas, unserem Team, zwölf vorausgewählte Immobilienprojekte angeschaut, auch von unterschiedlichen Anbietern unterwegs mit unterschiedlichen Immobilienmaklern. Ich sage mal, in guten Lagen, bis sehr guten Lagen, liegt man so im Schnitt 1.500 bis 2.500 US-Dollar pro Quadratmeter. Mietrenditen 6 bis 8 Prozent soll von dem, was ich mehrfach mitgeteilt bekam, auch kein Problem sein, normalerweise zu erzielen, gerade wenn es sich um eine ordentliche Lage handelt. Beispielsweise bei einem Anbieter, dort so ein Premium-Anbieter, der aus dem japanischen Raum kommt als Projektentwickler. Dort meinte die Dame, als wir uns das auch angeschaut hatten, wie viel das denn vermietet sei. Und sie meinte, es ist komplett vermietet. Das heißt, es ist jetzt einfach nur ein Eigentümer, da hat man ein Apartment dort angeschaut, der jetzt verkauft, der hat es also eineinhalb Jahre selber genutzt und verkauft. Das Ganze ist das Einzige, was verfügbar ist und das ist das Einzige, was wir jetzt anschauen können. Ansonsten gab es nicht und das waren Gebäude in ziemlich zentraler Lage. Und von einem anscheinend und was man auch sehen konnte, renommierten Anbieter, ja, also sah auf jeden Fall schon sehr ordentlich aus. Es gibt qualitativ definitiv große Unterschiede, das war zu erwarten. Ich war dahingehend noch ganz positiv überrascht, man weiß ja auch nicht, was einen Kambodscha erwartet, dass es da schon qualitativ sehr hochwertige Sachen gibt. Und Phnom Penh, ansonsten auch eine Stadt, also die erstens mal, wo man es nie weit zum Fluss hat, gerade wenn man jetzt zentrumsnah ist und auch mit teilweise hohen Gebäuden und Türmen und diversen Skybars. Das heißt, das kann hier richtig schön aussehen und man hat ja schon einen interessanten Lifestyle und häufig hat man da auch Skybars eben im Gebäude mit integriert. Die Infrastruktur, ich würde sagen, sie ist okay. Da ist die letzten Jahrzehnte, man denkt ja, wie gesagt, wo Kambodscha herkommt, sicherlich auch einiges passiert. Es gab neue Brücken in dieser Zeit. Eine Brücke von Phnom Penh auf die andere Seite des Flusses wurde vor circa einem Jahr fertiggestellt. Da kann man davon ausgehen, dass dort einiges passieren wird. Es gibt einige Infrastrukturprojekte, auch im Land selber, wo es häufig eben nicht so einfach ist, sich schnell fortzubewegen. Es werden auch mehrere Flughäfen gebaut, weil einfach die Nachfrage mehr und mehr vorhanden ist. Also es tut sich einiges, entwickelt sich einiges. Ich persönlich, mein Eindruck, kurzfristig auch jetzt gerade nach einigen Tagen, natürlich immer schwer einzuschätzen, wie so etwas weitergehen kann. Kambodscha in diesem Moment etwas in der Krise, was aber dahingehend ein sehr, sehr interessanter Zeitpunkt sein könnte oder auch ein optimaler Zeitpunkt vielleicht im Nachhinein betrachtet, um in Dinge wie Immobilien und Co. zu investieren. Ansonsten, wenn wir uns einfach die Richtung anschauen, auch die ganze Region, die sehr, sehr aufstrebend ist mit Südostasien. Und mit dem, was man vor Ort hier sieht, also mittel- und langfristig, fünf bis zehn Jahre, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Kambodscha weiterhin sehr, sehr stark nach oben geht und sehr, sehr viel Potenzial hat. Also würde mich definitiv nicht überraschen nach meinen persönlichen Eindrücken. Ich werde jetzt die einzelnen Projekte, die wir jetzt hier angeschaut haben, sie eh noch mal in Ruhe durchgehen. Also ich persönlich denke definitiv sehr ernsthaft über ein Testinvestment für uns alle sozusagen nach, um einfach zu schauen, okay, wie funktioniert dieser Markt und passt das und läuft das alles reibungslos wie geplant. Ansonsten, den Eigentumsverhältnissen vielleicht auch noch ein Thema. Es ist ähnlich wie in Thailand. Und das heißt, wenn jetzt bei Apartment-Projekten, wenn mindestens 51 Prozent Lokale sind, also in dem Fall Kambodschaner, dann kann der Rest auch Ausländer sein. Das ist kein Problem. Wobei es anscheinend auch der Fall ist, dass das normalerweise nicht geprüft wird. Würde ich mich im Fall der Fälle vielleicht jetzt nicht darauf verlassen. Aber es ist ansonsten auch möglich, hier Eigentum zu erwerben. Und von einem längeren Gespräch mit einem Expert hier vor Ort. Es gibt verschiedene Programme auch für die Aufenthaltsgenehmigung. Das mit Abstand einfachste und günstigste mit ein paar hundert US-Dollar ist anscheinend eine Aufenthaltsgenehmigung beziehungsweise eine Arbeitsgenehmigung zu erhalten. Und dass diese quasi ähnlich gilt wie eine jährliche Aufenthaltsgenehmigung. Und diese ist relativ einfach zu bekommen. Das heißt, man braucht nur von dem Arbeitgeber dort ein Schreiben, was man vor Ort hier vermutlich sehr, sehr einfach organisieren kann. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht 100 Prozent der Fall ist. Und dann hat man hier für ein Jahr jeweils die Aufenthaltsgenehmigung. Dann kann man das einfach nur verlängern mit der Arbeitsgenehmigung. Also sicherlich etwas, was in Ländern wie in Kambodscha hier vor Ort durchaus zu organisieren ist. So wie es überall Chancen gibt, gibt es natürlich auch Risiken. Ich möchte dann noch auf die für mich persönlich vielleicht noch ergänzenden Risiken hinweisen. Neben den herkömmlichen Marktrisiken, dass man sich einfach auch anschaut. Immobilien, welche Anbieter, wie bauen die etc. Auch einfach das Thema Politik noch einmal. Auch wenn es die letzten 30 Jahre sehr stabil war. Ist es eine Garantie auch für die Zukunft? Eine Garantie? Nein. Es sieht insgesamt wohl gut aus. Nichtsdestotrotz auch berücksichtigen, dass es auch in eine andere Richtung einmal wieder gehen könnte. Und genauso auch Währungsrisiken. Das heißt, man hat hier eine andere Heimwährung hat. Und das Ganze ist hier ein US-Dollar. Das heißt, das ist jetzt eine sehr, sehr große Währung. Das heißt, Immobilien auch in US-Dollar, die sind nicht in Riel. Übrigens nichtsdestotrotz berücksichtigen, dass man auch hier ein Währungsrisiko hat. Ich hoffe, es war interessant, meine persönlichen Eindrücke der letzten Tage. Für mich geht es jetzt gleich wieder zum Flughafen. Schön, dass du mit dabei warst, wenn dir das Video gefallen hat. Teilen, liken, kommentieren und auch gerne den YouTube-Kanal abonnieren. Bei uns, wir haben sehr, sehr viele spannende Themen regelmäßig. Ich freue mich auf dich. Herzlichst, dein Thorsten Wittmann. Ich freue mich auf dich.